Facebook will für den Ausbau des Internet der Zukunft seine Standorte in Europa verstärken. In den kommenden fünf Jahren sollen 10.000 Mitarbeiter in der Europäischen Union eingestellt werden, um den Aufbau einer Online-Welt, das sogenannte Metaversum, voranzutreiben, teilte der Social-Media-Riese am Montag mit. Diese Investition ist ein Vertrauensbeweis in die Stärke der europäischen Tech-Industrie und das Potenzial der europäischen Tech-Talente, sagte das Unternehmen. Europa sei enorm wichtig für Facebook. Das Projekt Metaversum wird von Facebook-Chef Mark Zuckerberg als zentral für die Zukunft des Konzerns angesehen. In der neuen Online-Welt sollen die Nutzer in virtuellen Räumen existieren und kommunizieren. Der US-Konzern hat bereits mit Tests seiner neuen Virtual-Reality-App für die Fernarbeit begonnen, mit der Benutzer über ein spezielles Headset als Avatar-Versionen ihrer selbst an Meetings teilnehmen können. Die Ankündigung kommt zu einem Zeitpunkt, an dem das Unternehmen unter Druck steht. So hatte eine ehemalige Facebook-Managerin Anfang des Monats bei einer Anhörung im US-Sonat die Politik dazu aufgerufen, das Online-Netzwerk zu mehr Transparenz zu zwingen.